Kommen wir zum zweiten Teil meines kleinen Google App Inventor Tutorials, Apps, Schreiben für Anfänger, How-Tos. Und zwar, wir haben erfolgreich unseren Taschenrechner veröffentlichen können. Wir können jetzt also plus minus mal geteilt rechnen an unserem Handy und haben diese App natürlich auch fest ins Herz geschlossen. Nun wollen wir uns der Königsdisziplin widmen, und zwar dem Entwickeln von Handyspielen mit dem App Inventor. Man mag es kaum glauben, dass man auch Spiele zusammen klicken kann, zumindest wollen wir das mal versuchen. Dazu erstellen wir ein neues Projekt, das nennen wir Balli. Balli ganz einfach deswegen, weil es eine fertige Komponente Ball gibt, die man quasi nicht mehr anlegen muss. Und da wir faul sind, tun wir das nämlich auch dann nicht. Auch hier können wir den Titel erstmal ändern, auf Balli. Und dann brauchen wir ein sogenanntes Canvas-Objekt. Das Canvas-Objekt wird dazu verwendet, Dinge zu zeichnen. Das heißt, wenn man später mal Eclipse offen hat, daran erinnern, wenn ich was malen will, benutze ich Canvas. Allerdings, wenn man wirklich Spiele bauen möchte, sollte man dann auch schon anfangen, vielleicht doch OpenGL oder sowas zu verwenden. Also, aber für den Anfang reicht uns das. Gut, die Breite stellen wir auf Fill Parent, sodass wir die volle Breite des Bildschirms ausnutzen. Und die Höhe stelle ich jetzt einfach mal auf 400 Pixel. Dieses Canvas-Objekt stellt quasi unser Spielfeld dar und ist jetzt auch schon recht groß. Und als nächstes brauchen wir den besagten Ball, den finden wir unter Animationen und dort ist der Ball. Den Ball ziehen wir rein, an irgendeine Stelle. Und dann gibt es einige Properties, die wir einstellen können. Heading zum Beispiel ist die Richtung, in die sich der Ball bewegt. Und meine Idee ist jetzt ein Spiel zu machen, wo man quasi einen Ball einfangen muss. Und das wird dann gesammelt und so weiter und so fort. Deswegen gibt es jetzt unser Heading. Heading ist die Richtung, da denken wir uns einfach eine aus, 35. Der Intervall ist die Anzahl oder wie oft dieser Ball erneuert wird. Das stellen wir 100 Millisekunden ein. Also der Wert ist in Millisekunden. Als Farbe wählen wir Magenta. Und wir können einen Radius einstellen, das ist die Größe des Balls. Den belassen wir bei 5. Dann können wir noch eine Geschwindigkeit einstellen. Da stelle ich jetzt einfach mal 5 ein. Das ist jetzt unsere vor eingeschalte Geschwindigkeit. Und die Position, die können wir halt selber wählen. Der Spieler selber sollte auch einen Ball haben, mit dem er den anderen Ball fängt. Und das machen wir einfach, indem wir noch einen Ball hier reinziehen. Der Spieler ist blau. Und der Radius ist ein bisschen größer gewählt. Dadurch sieht es einfach cooler aus. Das ist jetzt unser Ball. Jetzt nennen wir den Ball auch Spieler. Das ist dann einfacher. Und den anderen Ball nennen wir. Können Ball heißen. Das passt schon so. So. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein Textfeld, wo wir das aktuelle Ergebnis reinmachen. Da schreiben wir momentan 0 PTS rein. Oh. Das heißt nicht PTS. So. So viel dazu. Das sind unsere Punkte. Obwohl, wir können versuchen, das oben in die Adressleiste zu schreiben. Dann löschen wir das Ding hier wieder raus. So. Ich will das löschen. So. Wir schreiben einfach oben in den Titel 0 PTS rein. Also 0 Punkte. Damit haben wir die Oberfläche schon fertig. Wir haben eine Kugel, die wir bewegen. Eine Kugel, die wir jagen. Das sollte soweit reichen. Also öffnen wir den Blockeditor. Als erstes wollen wir uns um den kleinen Ball kümmern. Das heißt, wir haben hier Ball 1. Und dort gibt es schon Ball 1 Edge Reached. Das heißt, Ecke erreicht. Das wählen wir an. Und dann können wir schon gucken, dass wir unter Ball sagen, Ball 1 Bounce. Das heißt, quasi abprallen. Und zwar abprallen an. Und jetzt kriegen wir die Ecke übergeben. Das heißt, unter My Definitions finden wir wieder mal die Ecke. So. Mit diesem kleinen Codeblock haben wir schon mal sichergestellt, dass der Ball beim Bewegen an der Wand abprallt. Das wollen wir uns gleich im Emulator auch nochmal angucken. Dazu starte ich jetzt einen neuen Emulator, weil mein Phone irgendwie nicht geht. Und schauen uns schon mal die erste Version unserer App an. Jetzt müsste der Ball, den wir ja mit einer Grundgeschwindigkeit ausgerüstet haben, an der Wand abprallen, wenn alles richtig verläuft. Die Verbindung zu dem Phone dauert ein bisschen. Da kommt die App. Und da ist der Screen. Und dann müsste jetzt ein Ball sich dort befinden, der sich bewegt. Da ist er. Und der prallt an den Wänden ab. Wunderbar. Als nächstes wollen wir uns um den Spieler kümmern. Und ich lasse das jetzt einfach mal im Hintergrund einfach offen, weil es so schön aussieht. Der Spieler. Der wird ja nun mal bewegt von dem Nutzer des Handys. Das heißt, wir gucken hier, was gibt es Schönes bei Spieler. Und dort haben wir Spieler dragged. Das heißt, diese Kugel wurde bewegt. Das sehen wir an. Und dort kriegen wir übergeben XY. Also Koordinaten, wo es angefangen hat. Zielkoordinaten. Also aktuelle Koordinaten. Und da, wo die Lippen.